Felicitas Katharina Woll ist eine deutsche Schauspielerin, Model und Sängerin. Bekannt wurde sie durch die ARD-Serie Berlin, Berlin und den Fernsehfilm Dresden. Leben Anfänge Felicitas Woll wuchs im hessischen Habshausen mit sechs Geschwistern in einem Mehrgenerationenhaus auf. Als Kind reiste sie mit ihrer Mutter ein Jahr durch Europa. Sie begann zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester. Durch Zufall wurde sie von ihrem späteren Agenten Frank Oliver Schulz in der Diskothek Downtown in Korbach entdeckt. Mit 19 Jahren ging sie nach Peking und arbeitete dort für das chinesische Fernsehen in der deutsch-chinesischen Fernsehserie True Love is Invisible – Magic Love. Für diese Serie drehte sie 20 Folgen ab. Nach einem Casting wurde sie für die RTL-Fernsehserie Die Camper engagiert und spielte dort drei Jahre lang die Rolle der »Tanja Ebermann«. 1998 nahm sie neben ihren Verpflichtungen als Schauspielerin Schauspielunterricht im Düsseldorfer Tanzhaus NRW bei Wladimir Matuchin. Hierfür zog sie nach Köln um. Erste Erfolge und Durchbruch Es folgten Serienrollen in Evelin Hamanns Geschichten aus dem Leben und in Nesthocker »Familie« zu verschenken. 2001 kam mit dem Kinofilm Mädchen, Mädchen von Dennis Gansl ihr schauspielerischer Durchbruch. Im selben Jahr übersiedelte sie nach Berlin, um die Figur der »Lolle« in der ARD-Vorabendserie Berlin, Berlin zu spielen. Sie sang dafür gemeinsam mit Two is One den Track Baby, Now that I've Found You ein. Für ihre Rolle wurde sie 2002 mit dem Deutschen Fernsehpreis, 2003 mit dem Grimme-Preis und 2004 mit der Goldenen Rose von Luzern für die beste weibliche Sitcom-Hauptrolle ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt die Fernsehserie »Berlin – Berlin« einen Emmy. Anfang 2003 war sie als Arzttochter Maruschka Steinborn in der Tatort-Episode »Bienzle und der Tod im Teig« zu sehen. 2004 spielte wohl die Hauptrolle der Mia in dem Kinofilm »Abgefahren«, mit Vollgas in die Liebe und sprach in der deutschen Synchronfassung des computeranimierten Pixar-Kinofilms die unglaublichen »The Incredibles« die Rolle der Violet-Paar. Im 2005 gedrehten ZDF Zweiteiler Dresden verkörperte sie eine junge deutsche Krankenschwester, die sich während der Zerstörung der Stadt Dresden durch alliierte Bomber im Februar 1945 in einen britischen Piloten verliebt. 2008 war Voll in dem zweiteiligen Sat.1-Drama »Wir sind das Volk – Liebe kennt keine Grenzen«, welches das politische Geschehen in der DDR im Herbst 1989 thematisiert, neben Anja Kling und Hans-Werner Mayer in einer der Hauptrollen zu sehen. In dem ARD-vertriebenen Drama »Kinder des Sturms« verkörperte Voll die junge Witwe Rosemarie Herrmann, die mit ihrem Vater, ihren zwei Kindern und ihrer Schwester Anfang 1945 aus Schlesien flieht, von ihren Kindern getrennt wird und in ihrer neuen Heimat Stuttgart verzweifelt versucht, die Kinder wiederzufinden. Karriere seit 2010 – 2011 spielte Felicitas Voll in dem ARD-Fernsehfilm »Karl und Bertha« die Rolle der Automobilpionierin Bertha Benz, Ken Duken übernahm als ihr Filmpartner die Rolle des Karl Benz. 2013 stand sie in »Die Männer der Emden« erneut mit Ken Duken in den Hauptrollen zusammen vor der Kamera. Sie spielte die für den Film eigens erfundene adelige Maria von Plettenberg, die sich heimlich mit dem jungen Marineleutnant Karl Overbeck verlobt. Von 2013 bis 2018 spielte sie in der ZDF-Reihe der Taunus-Krimi nach den Romanen von Nele Neuhaus an der Seite von Tim Bergmann die Kommissarin Pia Sander. In der romantischen TV-Komödie »Utta Danella« von Kerlin und Kühen war Voll die Jungbäuerin Anna, die den elterlichen Betrieb in Oberbayern übernehmen soll. 2015 war sie in dem Sat.1-Drama »Die Ungehorsame«, der sich mit dem Thema »häusliche Gewalt« beschäftigte, als Leonie Keller zu sehen, die ihren Ehemann Alexander Keller in Notwehr umbringt. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie den Bayerischen Fernsehpreis 2015 und den Quotenmeterpreis 2015. In dem Alpen-Thriller »Liebe bis in den Mord« spielte Voll, die »die Hilf- und Ausweglosigkeit der Hauptfigur« sehr glaubwürdig vermittelt, die weibliche Hauptrolle der Sonja Gruber, die nach einem Dorffest vergewaltigt wurde, und 15 Jahre später dem Täter wieder begegnen muss. 2017 spielte Voll in dem Fernsehfilm »Nackt«. Das Netz vergisst nie, der nach einer wahren Begebenheit entstand und in der Sat.1-Themenwoche zum »Cybermobbing« ausgestrahlt wurde, die Mutter der 16-jährigen Lara, die Opfer von Cybermobbing wird. Im September 2019 war sie in Väter allein zu Haus die Ärztin Judith Lanius, ihr Ehemann Marc ist einer der vier im Mittelpunkt stehenden Familienväter. In dem in den 1980er Jahren in Karl Marx statt spielenden »Fernsehfilm der Woche« des ZDF mit dem Titel »Kranke Geschäfte« ist sie, neben Florian Stetter als Ehemann, in der Rolle der Marie Glaser als Mutter einer 14-jährigen Tochter, die unter massiven Sehstörungen, Lähmungen und anderen Ausfallerscheinungen leidet, zu sehen. In dem im Dezember 2020 erst ausgestrahlten Fernsehfilm »Weihnachtstöchter« spielte sie neben Elena Ulich und Gesine Zukrovsky eine von drei zerstrittene Halbschwestern, die in der Adventszeit um das Erbe ihres bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Vaters streiten. In der vierteiligen Sat.1-Miniserie »Du sollst nicht lügen«, einer Adaption der britisch-amerikanischen Co-Produktion »Laya« aus dem Jahr 2017, spielte Woll neben Barry Atsmer die aus Kiel stammende Lehrerin Laura Hoffmann. Engagement und Privates von 2004 bis 2005 war Felicitas Woll Model für die Young Fashion-Serie von S. Oliver. Woll engagierte sich durch ihre Teilnahme an einer Posterkampagne des DS Infocenters für Menschen mit Down-Syndrom. Auf den im Oktober 2005 veröffentlichten Postern und Postkarten war Felicitas Woll mit ihrem jüngeren Bruder Tassilo dargestellt, der mit dem Down-Syndrom zur Welt kam. Sie spielt Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Keyboard, sammelte Bühnenerfahrung als Sängerin und reitet. Woll hat zwei Kinder, eines davon mit Benjamin Pivko, mit dem sie seit einiger Zeit in einer Partnerschaft lebt. Sie lebt in Nordhessen. Auszeichnungen 2002. Deutscher Fernsehpreis 2003. Grimme-Preis 2004. Rose Dorr 2006. Bayerischer Fernsehpreis – Nachwuchsförderpreis für ihre Rolle in Dresden 2015. Bayerischer Fernsehpreis für ihre Rolle in Die Ungehorsame 2015. Quotenmeterpreis – Preis als beste Darstellerin für ihre Rolle in Die Ungehorsame. sweeten